The Game of Sisyphus, das sah mir aus wie so ein Rage-Game, weißt du? Bitte mach Sitz, du Drecksball. Nein, nicht. Nein. Da sind so viele Hindernisse. Er will aber auch, ne? Rein, gucken was geht und möglichst schnell sein elektronisches Equipment schrotten. Okay, das ist eine weirde Steuerung. Ich will es jetzt nicht jinxen, aber das sieht jetzt nicht so schwierig aus. Ich meine, ich bin gerade jetzt am Anfang, aber noch? Wow, okay, 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 der Stein hat eine eigene Physik. Ich sehe den Schwierigkeitsgrad. Ich darf nicht die Maus loslassen. Also was ich auf jeden Fall schon sehe, sobald wir in eine Schieflage gehen, zieht der Ball sich so ein bisschen, also der Stein so ein bisschen weiter nach links. Oh, ja, seht ihr, seht ihr? Genau so. Nein, 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 no, bro, 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 no, 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 no. Hey, hey, ich wollte noch was mit den Händen zeigen. Nein, ich bin so dumm. Ich zeige gar nichts mehr mit den Händen. Die Physik funktioniert auf jeden Fall, ich sage mal so. Ist das nicht ein Video für den Hauptkanal? Ich habe erst dieses Kletterspiel gezockt und habe da einfach mal elf Stunden reingeballert. Eigentlich habe ich gerade ausgedient. Ich wollte das nur einmal ganz kurz anzocken. Einfach nur, um zu gucken, wie weit ich komme. Das Game wird noch sehr schwierig. Ah, Lüge. Okay, wie komme ich denn jetzt da rum? Yo, da rum. Okay, I did it. I did it. Hell yeah. Oh. Nein, 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 nein. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist der Badehose schuld. Aber hier ist ganz klar die Steuerung schuld. Das ist ja übertrieben ätzend. Ja, so weit, so gut. So weit, so gut. So weit, so gut. Muss ich nur irgendwie da vorne rüber balancieren, nicht? Hallo. Jetzt hör doch auf den Ball da so, der kickt den immer so rum. Okay, ich muss einfach nur noch geradeaus, einfach nur noch geradeaus. Man kann den Ball halt nicht einfach loslassen, wenn man will. Sondern der lässt den halt automatisch los und hält den automatisch wieder fest. Aber so weit, so gut. So weit, so gut. Wir sind weiter als je zuvor. Aber es ist jetzt nicht so ein krasses Achievement, to be honest. Nicht ablenken lassen. Ja, ja, ja. Ich versuch's, ich versuch's. Ach Gott, was ist denn da hinten? Nendria, was geht? Nendria, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Danke dir. Jetzt kann ich hier einmal so ganz rechts rum vielleicht. Naja, es sieht mir wieder richtig wie ich aus da rechts am Rand irgendwie rum. Da muss ich mich aber irgendwie für positionieren. Oh, da ist doch noch so eine Maschinerie da vorne, ne? Die den Ball zurückstößt. Okay, dann muss ich da vorne irgendwie die Kurve kriegen. Ganz knapp rum. Okay, das passt aber. Das passt, das passt. Wenn ich jetzt nicht zu weit nach links mache, dann müsste das passen. Ja. Da muss ich da geradeaus irgendwo rum, ne? Komm ich da links auch durch die Boxen durch? Guter Sprint. Guckt euch das an. Guckt euch mal diesen, diese reine Kunst des Könnens an. Okay. Oh, ich glaub, hier muss man echt im richtigen Timing irgendwie durch, ne? Oh shit, was ist denn das richtige Timing? Das sah ganz gut aus, das Timing. Das sah ziemlich gut aus, das Timing. Oha, pro darum. Look at this. Ja, 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 ja. Timing haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Let's go. Okay, jetzt müssen wir uns das Timing von da vorne angucken. Okay, wir lassen den noch einmal. Und jetzt rennen wir. Jetzt durch, 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 durch. Easy. Und Sprint. Sprint, 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 Sprint. Das ist jetzt machbar. Ja, und jetzt einfach direkt eine Linkskurve und dann haben wir es. Die roten Fässer sehen so aus, dass würden sie explodieren. Meine jahrelange Videospielerfahrung sagt mir, rot gleich Explosion. Oh, das kann man doch safe benutzen, um den Ball nach vorne zu katapultieren, oder? Boah, ich will es nicht testen. Hab da aber nicht mit gerechnet, dass ich, nachdem ich am Anfang so verkack... Jetzt habe ich auf den Chat geguckt. Puh, das war knapp. Nachdem ich am Anfang so verkackt habe, dass hier doch noch irgendwo Skill in mir schlummert, nicht? Das sieht hier fertig aus. Das sieht so aus, als müsste man das irgendwie gut schaffen, hier in der Mitte durch. Ah, ist noch weit. Ist noch gut, noch platzig. Ich höre trotzdem auf zu sprinten. Versuch's, man lebt nur einmal. Ah, wir werden das bestimmt noch versehentlich, versehentlich treffen hier, den Lachs. Muss ich jetzt nicht extra versuchen. Das kommt ganz von alleine. Boah, da hätte ich fast die Kontrolle verloren. Wenn der noch einen Millimeter weiter nach rechts gerutscht, der Ball, wäre es vorbei gewesen. Wir müssen möglichst nah versuchen, an dem Fass hier links vorbeizukommen, ohne dran zu stoßen. Ja, und jetzt ganz nach rechts, come on. Dreh, 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 rechts rum, rechts, 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 rechts. Jawoll. Mhm. Ja, hier ist nichts Bedrohliches am Rand. Hier ist nichts Bedrohliches. Okay, da vorne, seht ihr den da hinten? Der ist fies. Ja, und jetzt einfach links hoch. Jetzt einfach hoch. Beste mit euch. Gebt mir doch mal ein GG. Wie gut ich hier durchkomme. Durch die Olga. Ah, dankeschön. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ey. Den Prügel. Und drüber, und drüber, und drüber, und drüber, und drüber, und drüber. Shit, der war nicht gut. Der war nicht gut. Oh, der könnte kritisch werden. Nein. Nein. Nein, was mache ich denn jetzt? Ha. Ha, der ist hier vor dem Video gespawnt. Ho, ho, ho. Ha, ha. Der war risky, aber schaffen wir noch. Oh. So, geh nochmal hoch. Und dann durch. Dann durch, dann durch, dann durch. Jetzt. Go, go, go. Sprint, sprint, sprint. Junge, renn. Wunderbar, 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 wunderbar. Okay, was ist hier Sache? Oh, die gehen einfach hoch, wa? Interesting. Ich glaube, das muss ich in zwei Etappen machen. Oh, Monkey. Mmh. Ball? Puh. Puh. Oh. Okay, cool. Pause, Pause, Pause. Sekunde. So, wie geht man das denn hier jetzt am besten an? Ich habe fast das Gefühl, einfach hier gerade... Wag es dich. Einfach hier geradeaus durch. Hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Jetzt einfach hier, hier ganz schnell rechts, bevor die wieder hochklappen. Ungefähr so meinte ich. Es war ungefähr so doch schon einigermaßen geplant. Jetzt streng dich doch mal an. Boah, jetzt glaube ich, was ich immer... Boah, Dreckspiel ist einfach eine Sackkasse. Oh, look at the Crab Walk. Oh. Ich glaube, ich könnte zwei auf einmal schaffen, aber ich bin mal nicht greedy. Ich glaube, das geht. Oh, ich kenne dir einfach meinen Ball hier an. So. Oh, guck mal, da vorne haben wir schon fast den nächsten Abschnitt. Guck mal, da gehen wir jetzt hier einfach so schräg drüber und dann ist schon... Dann ist schon die Schaft der Laden hier. So nämlich. Oh. Bop, 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 bop. Yes. Boah, ist das hier Wasser? Ich weiß nicht genau, was sich jetzt da verändert. Aber gut. Seit wann hat Jodaram sowas wie Skill? Sag doch sowas nicht. Oh. Okay, das Wasser macht sich irgendwie deutlich glitschiger hier. Der glitscht irgendwie mega schnell nach rechts oder nach links. Boah, ich merke das gar nicht, aber ich bin hier nur am Gegensteuern. Der will die ganze Zeit ausbrechen. Ich kriege den nicht mal mehr nach rechts geschoben. Stop it. Boah, der Stein hat mir gerade mega geholfen. Der wäre komplett ausgebrochen. Hör auf, nach links auszubrechen. Hör auf, nach rechts auszubrechen. Sei einfach ein guter Gefangener. Okay. Geradeaus durch. Gerade... Geh nach links. Boah, ich glaube gar nicht. Ich drücke die Maustaste so fest rein. Das muss doch funktionieren. Ah ja, ich muss da links irgendwie rum. Ganz nach links darf ich auch nicht. Wir haben es fast geschafft. Nur noch, nur noch da geradeaus durch. Boah, das ist übertrieben anstrengend mit dem Wasser. Komm, der will ja schon wieder ausbrechen. Okay, ich will jetzt einfach nach rechts oder links. Hauptsache, der bricht hier nicht. Oh. Ja. Ja. Rein da. Halleluja. Boah, was ein Akt. Aber ohne große Rückschläge. Ich danke euch für eure GG's. Ohne große Rückschläge. Den Lachs gewupp. So, was ist, was ist hier... Was ist der Twist vom Sand? Hm? Was ist der Twist hier vom Sand? Ist die momentan eigentlich... Also, fühlt sich wieder deutlich besser an das Feuer. Aber wir sind auf jeden Fall noch nicht am Ende. Oh nein, guckt euch das da hinten mal an. Oh, jetzt müssen wir echt da drüber balancieren, über das Holz-Dings. Ich habe jetzt noch nicht die Ambition, das durchzuspielen, aber... Wenigstens bis zum nächsten großen Rückschlag würde ich es noch versuchen wollen. Ach du Scheiße. Oh... Bap. Das ist ganz und gar nicht anstrengend. Ah, ah. Pff. Papp, 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 papp. Stopp! Stopp! Stopp den Ball! Dankeschön. Aua. Einfach geradeaus durch. Dann haben wir ein kleines Safety-Becken wieder. Yes, sir. Oh, geil-o-matico. Und da vorne ist schon Level 7 von 29. Wenn da Pfeile hin und her geballert. Kann man Achievement bekommen. Still a long way to go. Ah, super. Oh oh. Die schießen drei Stück. Dann drehen die sich. Jetzt schießen die nochmal drei, ne? Eins, zwei, drei. Okay. Was? Haben wir geschafft. Easy. Wunderbar. Mach nicht. Ich warne dich. Puh. Die kommen dreimal hoch. Okay. Und dann ist eine recht lange Pause. Ja, das schaffen wir. Kommen wir auf jeden Fall über einen drüber. Können wir einfach gerade drüber gehen. Drei und durch. Wunderbar. Okay, dann warten wir hier auch kurz, bis die ruhig kommen. Eins, zwei, drei und hoch. Müssen wir, also. Das ist, das ist kritisch hier. Das ist richtig kritisch. Hier muss ich schnell durch. Irgendwie. Und beides time. Ich glaube, ich muss jetzt nochmal auf die, auf die Dinger hier warten. Ja. Okay, der geht nur einmal hoch. Good to know. Ja, aber auch das. Auch das müssen wir geschafft haben. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Aber könnten wir trotzdem schaffen. Haben wir trotzdem geschafft. Was für schwieriges Spiel. Und durch. Und durch. Und dann haben wir das ja auch geschafft. Fallen easy. What? Look at this. Oh, meine Nase juckt. Ein ganz schlechter Zeitpunkt. Wie viel Lack das gerade war. Aber Respekt. Was für Lack. Reinstes können. Das ist auch ein gutes Timing hier gerade, muss ich sagen. Sehr, sehr gutes Timing. Ein sehr okayes Timing. Moin. Hallo? Kommt schon der Nächste, der meinen Ball will? Hat er aufhört, meinen Ball zu berühren? Das ist mein Stein. Hey! Okay. Ah, kein Verlust. Alles gut, alles gut, alles gut. Dann kommen wir hier vorne nämlich auch vorbei. Ja. Ja, 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 ja. Slap mir noch auf den Hintern. Schade. Oh nein, das ist schon wieder Wasser, oder? Oder was? Ach, das ist Eis jetzt. Oh, das ist ja, das ist wahrscheinlich noch unangenehmer als Wasser vom Handling her. Oh, wenn der Eimer in eine Schieflage kommt, ist es wahrscheinlich vorbei, wa? Oh, hier ist so eine Pfütze, wo es gar nicht vorangeht. Da muss man jetzt auch noch drauf achten. Ja, oh, okay, jetzt. Das wird kniffliger. Muss ich hier irgendwie nach links kommen? Ohne, dass ich zu weit nach links komme. Aber auch das. Wag es dich, Ball. Du gehst ja jetzt nach rechts, bitte. Wag es dich, Ball. Ne, okay, alles gut. Macht er nicht, aber ist fein. Ich kann ihn hier einfach neu ausrichten. Ja, okay, das sind Steine, wo der Ball einfach drüber geht. Shit, okay, ich muss jetzt irgendwie einfach so ein bisschen. Ich hasse dich, Ball. Nein! Bleib hier, Ball. Nein! Nein! Nein, bitte. Bleib da bitte stehen. Nicht nochmal in diese, in diese... Nein, er geht natürlich durch. Grüß schön. Um ehrlich zu sein, nicht so viel Progress verloren. Aber diese Eisstellen da vorne waren schon echt kritisch. Das will ich ungern nochmal machen. Aber müssen wir jetzt wohl. Mach nicht, bitte, bitte. Ich kann das nicht nochmal machen. Ich kann das nicht. Er kommt, er kommt. Er kommt, er kommt. Ja! Easy. Alles ist geplant. Ja, kein Problem. Komm, mach mal hier kurz rein. Mach mal, mach mal, mach mal, mach mal hier kurz rein. So. Oh, hell yeah! Oh! Ich geh kurz pinkeln, Leute. Ich glaub, das muss ich in zwei Etappen machen. Okay, cool. Pause, Pause, Pause. Sekunde. Alter, Pinne. Boah. Ich geh einfach da vorne gelandet. Bravo, Maria. So. Hallo. Da bin ich schon wieder. Was geht ab? Jetzt nicht direkt verkacken. Ich glaub, wenn ich mich beeile, schaff ich das. Jawoll, ja. Oha, die pusten hier Wind. Oh ja, oha. Boah, Junge. Oh, ha. Boah, da muss man ordentlich gegenlenken. Aber kein Ding für den King. Das müsste... Oh, oh. Oh, oh. Kein Problem. Kein Problem. Den dürft ihr jetzt auch schaffen. Oh. So. Was ist jetzt hier Sache? Erstmal kann der Wirbel sich da verpieseln gehen und dann gucken wir uns dieses Gebiet hier mal an. Boah, hat mich der Wind fast nur erwischt, ne? Boah, aber auch das mit Bravour bestanden. Okay, das ist mies ätzend. What the hell? Oh, man sieht die Hugel auch gar nicht, wenn man so guckt. Man sieht die einfach gar nicht. Ich kann nicht mal die umfahren, wenn ich wollen würde. Ach, du Heilige. Ich würde gerne links oder rechts an den Rand. Ich muss aufhören. Ich muss aus der Mitte raus. Ja, ja, ja. Jetzt hier einfach am Rand. Einfach am Langrand. Ich lenke einfach die ganze Zeit nach links ein so ein bisschen. Und dann müsste der Rest jedoch easy peasy sein, oder? Das sieht mir wie eine ganz gute Idee aus. Die Technik funktioniert. Links an den Rand und die ganze Zeit nach links lenken. Das ist voll gut. Cheat. Na. Aber auch das hier schafft. So, was ist hier? Ach, du Heilige. Oh, shit. Oh, oh. Wenn ich jetzt Gas gebe, dann müsste ich zumindest nach da vorne schaffen. Wenn ich jetzt hier nach links einlenke. Ja, müsste passen. Ja. Na, 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 na. Okay. Nimm mich aber nicht den Stein. Alles easy. Nein. Oh, fast. Das war aber eine gute Idee, um ehrlich zu sein. War eine ziemlich gute Idee. Ah, verdammt. Oh. Der fricking Main. Kein Main mehr. Kein Main mehr. Mmh. Nein, Stein. Oh, shit. Der respawnt jetzt hier irgendwo. Wo? Wo? Da, 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 da. Bleib stehen da vorne. Bitte, bitte, bitte. Bleib, bleib, bleib. Da, links rein. Links rein. Ja. Oh. Gut abgepasst. Und dann jetzt hier ganz schnell wieder links einlenken. Dann haben wir das Pokémon. Hell yeah. Woo. Und damit wären wir auch schon beim nächsten Level. Oh nein. No. Okay, das ist jetzt hier wirklich Eis. Guck mal, wie schlackere ich. Guck mal, ich lenke ganz leicht ein. Der schlackert hier mega rum. Ich habe gerade eine Achievement bekommen, wo stand ein Midway. Wir haben gerade erst die Hälfte, aber wir hatten noch keine großen Rückschläge. Ist das Gute. Noch ist es sehr wenig frustrierend, weil ja die ganze Zeit was Neues kommt. Warum ist da vorne eine Rampe? Mmh, es sieht so aus, als müsste ich da drüber, um ans Ende zu kommen, ne? Ja, einfach hoch. Einfach hoch. Ist machbar. Habe ich gerade beschlossen. Okay, kurzer Hoppser. Alter, was ist das denn? Wie dünn willst du denn noch werden da vorne? Sekunde. Stopp. Stopp. Oh. Nein. Mmh, mmh. Stehen. Bitte mach Sitz, du Drecksball. Okay, ich halte wieder die Fresse und muss mich sehr konzentrieren. Sekunde. Nicht schon vorher verkacken. Nicht schon vorher verkacken. Gerade drauf bleiben. Einfach gerade drauf bleiben. Scheiße. Wir waren, wir waren da dran. Jetzt sprinten, jetzt sprinten, jetzt sprinten. Jetzt durch, 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 durch. Yes, 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 yes. 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 Okay. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Nein, nicht noch mehr von diesen Balancierdingern da hinten. Also dieses Geröll hier unten, ne, macht es nicht viel einfacher, den zu manövrieren. Bin ich ja schon fast froh, dass ich auf die Bretter gleich kann. Kann ich einfach da links vorbei? Warum sollte ich auf die Bretter gehen? Wait a second. Moment. Ich geh nicht auf die Bretter. Scheiße drauf. Ich geh einfach links lang. Ja. Ich geh, ich geh einfach links lang. Das ist eine deutlich bessere Idee. Du bist am Ziel? Mmh, das sieht mir nicht nach Ziel aus, um ehrlich zu sein. Kann ich da vorne? Da vorne komm ich aber durch, ne, da links. War genauso geplant. Kann der aufhören, einfach random mal zur Seite zu gehen hier, oder was? Meine Güte. Das Game liegt mir auf jeden Fall mehr als a difficult game about climbing. Boah, lass mich aber erstmal, lass mich aber erstmal die GGs hier abholen. Lass mich erstmal, erstmal hier. Ach, Sisyphus, alte Sau. Hätte da, seid ehrlich, hätte da nicht gedacht, dass ich so weit komme, oder? Ich auch nicht. Jetzt ist die Frage, wie schlimm das ist, wenn man daneben ist, während die hochgehen. Das ist ja auch so ein kleiner Huggel, ne? Das ist schon ungeil. Das ist eigentlich wie richtig. Wie hoch? Wie hoch? Ich dachte, der landet vor mir. Der ist einfach hinter mir gelandet. Okay, also nicht mal ansatzweise berühren, bitte. Ist so die Devise. Nicht mal darüber nachdenken, dass das berühren könnte. Das heißt, wir machen das ganz slow und steady. Ganz slow und steady. Auf ganz entspannter Basis hier. Ich meine, die erste Reihe scheint ja noch recht easy zu sein. Da komme ich immerhin drum rum. Da hinten wird es anstrengend. Da muss ich auf jeden Fall drüber. Ich glaube, hier warten wir nochmal ab. Hier warten wir nochmal ab. Bis noch einmal kommt und dann können wir uns dadurch sneaken. Ja, jetzt. Keinen guten Start hingelegt, aber muss trotzdem reichen, oder? Ja. Nein, 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 nein. Ey, nicht auf den Kopf. Ich warne dich. Geh da links, bin ich da links. Nein, nein. Bleib da hinten, bleib da drin. Nein, 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 nein. Nicht das nochmal. Nein. Mach doch irgendwo Sitz. Da sind so viele Hindernisse. Er will aber auch, ne? Guck mal, was er für einen Antrieb hat. Möglichst weit von mir wegzukommen. Äh, nicht auch noch dadurch, nein. Du dreckiges. Ich wette, deine Mutter war ein scheiß Dreieck. Und ist dementsprechend nicht donnerlich stolz auf dich. Ich will das nicht mehr. Bitte kick mich, kick mich in die Gezeiten. Bitte, hau mich einfach weg hier. Mach weg, mach weg den Lachs, komm. Och, schade, es schiebt mich einfach nur. Unsere final destination. Adieu.